Du hast einen modernen Fernseher mit EARC-Anschluss. Dein bestehender AV-Receiver ist jedoch nicht kompatibel. Kein Problem mit dem EARC Audio Extractor von FinTech. Dieser Audio Extractor kannst du in zwei unterschiedlichen Modi betreiben. Modus 1 – EARC Audio Extractor Bei Anschluss an die HDMI-EARC-Buchse deines Fernsehers werden alle Audiosignale per HDMI an dein Soundsystem übertragen. Der Extractor konvertiert dabei das EARC-Audiosignal in ein herkömmliches HDMI-Signal. Schließe deine HDMI-Eingabegeräte, wie zum Beispiel PlayStation 5 oder Apple TV, direkt am Fernseher an. Verbinde dann den Adapter mit dem Fernseher und AV-Receiver. Modus 2 – Audio Splitter Schalte hierfür die DIP-Schalter auf EARC OFF und OUT 2. In diesem Modus wird das Signal eines Zuspielers für ein Soundsystem und für einen Fernseher aufgeteilt. Dadurch können auch ältere AV-Receiver betrieben werden. Da in diesem Modus kein HDMI-EARC-Anschluss am TV notwendig ist, kann so auch ein Videoprojektor oder Monitor betrieben werden. Der Audio Splitter-Modus löst auch hörbare Tonverzögerungen in deinem Setup. Beachte, dass hier Auflösungen bis 4K 60 Hz möglich sind. Achtung! Für beide Modi benötigst du einen echten HDMI-Eingang. Nicht kompatibel zu ARC- oder EARC-Anschlüssen einer Soundbar. Hochwertige Heimkino-Lösungen aus Deutschland. Noch Fragen? Unser deutscher Kundenservice ist immer für dich da. Feintech – jetzt entdecken!